Mich stört der momentane Ausbau des Überwachungsstaates unter dem Deckmantel von Terrorismus und Kinderpornografie. Ich bin für eine Rückkehr zur Verhältnismäßigkeit. Die Sicherheit der Bürger begründet sich auch im Schutz vor dem Staat. Information und Bildung sind notwendige Voraussetzungen, um aktiver Teil unserer Demokratie zu sein. Der Informationsfluss darf nicht von privaten Interessen kontrolliert werden. Ich will mich für diese Überzeugungen in einer internationalen Bewegung einsetzen. Ich bin bei der Piratenpartei, weil es die einzige Partei ist, mit der im Programm ich zu 100% übereinstimmen kann. Mein Hauptanliegen dabei sind die Bürgerrechte, die schon seit einigen Jahren in unserem Land permanent abgebaut werden. Film- und Musikindustrie haben die Zeiten der Zeit nicht erkannt und verklagen die Menschen eher, anstatt sich für eine Reform eines längst überfälligen Urheberrechts einzusetzen. Ich wünsche mir ein neues Urheberrecht, das auch im Kontext des Internets funktionieren kann. Ich bin Pirat! Ich bin Pirat! Ich bin Pirat! Ich bin Pirat! Ich bin Pirat!